Oh, diese Kakteen! Da ist Kakteten! Lass da mal irgendwie rumgehen oder so, das dauert zu lange. Ich komm eigentlich so. Dann musst du sowieso gegen Westen gehen. Gehen Westen gehen! Da laufe ich mal in die Kaktesen. Ich nenne jetzt immer neue Plurals von Kaktus. Kaktasten! Kaktiten. Kaktuten. Kaktoloris. Wow! Hallo! Hallo! Aber hallo? Das kenne ich noch gar nicht. Hallo! Okay, lass dir jedes Haus das Dreck nehmen. Lass alles nehmen. Warum gehst du in die Mitte? Sonst haben wir gleich wieder Loot-Probleme. Guck mal, der haut da schon rein. Gib dem Faust. Gib dem Faust hart. Hallo! Boah! Boah! Was ist hier los? Komm hier! Komm, 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 komm! In welches, in welches, in welches? Das hier. Okay, dann lass die alle systematisch zusammen looten immer. Ich glaub, da drin können die laufen. Dunkel aus hier. Das ist natürlich scheiße. Boah, ist ja ne schöne Bude, wie hässlich die aussieht. Was ist das denn? Neunziertes Jahrhundert. Wie das hier aussieht, bitte. Kack-Tiotis. Ich glaub, das meiste brauch ich hier überhaupt nicht, weil irgendwie, äh... Er ist wieder sehr, äh... Spaktakulär. Spoh! Satzbau! Was soll das denn? Spaktakulär! Ja, den muss ich schon merken. Spaktakulär, sagt der Mensch. Was ist das eigentlich für ein unglaublicher Tisch? Das sieht ja aus wie beim Hobbit zuhause und wenn Gandalf zu Besuch kommt oder andersrum. Guck mal. Der Küchentisch. Alter! Was ist das denn bitte? Dimension. Guck mal runter von deinem Trip. Komm, wir gehen jetzt in dieses blaue Haus. Oh! Rabbit died! Rabbit died Rabbit died. Die sind glaub ich alle extrem langweilig, diese, diese Häuser... Weil das ist irgendwie Knicks Besonderes, glaub ich. Zumindest. Boahー alter, bis man hier mal rauskommt. Irgendwie... Ich brauch irgendwas cooles noch. So ne Bazooka fehlt mir auf jedenfalls noch. Nee, aber ich erledige die Zombies, während du lootest. Kein Problem. Ja, viel Spaß. Das schon. So, wo bist du denn? Oh, ne Pistole. Oh! Kannst du bitte rausgehen? Ich musste mal eben gerade... Ach, einmal ganz hart reingehauen. Ins Klo. Fuck. Ich kann's nicht haten. Komm, nächstes Haus. Komm, wir müssen uns beeilen. Komm, komm, komm. Ich glaube, hier kann man nicht so geil überleben. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und hier ist irgendwie nur Scheiß-Loot so. Ah! Komm runter. Ja, was? Oh, Verzeihung. Wo sind meine Maniere wieder? Lass mal in das Haus hier. Guck mal auf der Karte. Dann siehst du es direkt. Aber diese Häuser sind alle so... Oh, Sniper-Moddy. Ja gut, die sind doch nicht ganz so langweilig. Boah! Alter. Tja, kommst nicht raus. Schade eigentlich. Alternativer Weg. Nein, ich wollte gerade was placen. Es ging nicht. Okay. Du doof! Du hast mich getötet! Du doof! Ich dachte, du siehst das. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Sagt der Stacheln, wenn ich schon draufstehe, Alter. Nein! 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 Wieso? 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 Ich hab gesagt, das wäre ein Spaß! Lustiger Spaß! Guck mal, wer da gerade gestorben ist. Die Cade Red Sedan. Was ist das denn bitte? Nein! Ich bin gestorben! Ich will gar nicht Enter drücken, um die Welt zu joinen. Diese Welt ist böse! Was? Du klick jetzt trotzdem Enter. Wieso stirbst du denn so schnell? Du doof! Ich werd dir das soo hart heimzahlen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du wirst die Rache erleben. Du wirst den ersten Holzblock hinsetzen, aber irgendwie... Die Rache des Todes wirst du erleben. Ich werde dein Haus zupflastern mit dem Schlimmsten. Ich muss gleich erst mal mir sagen, was du noch mal alles dabei hattest. Ich hab jetzt einfach mal alles aufgesammelt. Alles. Ich hatte 50 Shotgun Shells. So, was muss ich jetzt alles mitnehmen? Aber das ist, glaube ich, gar nicht schlimm, weil ich hab so viel Stuff, so Maschinengewehre und so. Da geht das schon klar, wenn man einmal stirbt. Oder? Ah, das ist ja auch gut für die Statistik, ne? Jaja, jetzt bin ich auch einmal gestorben. Irgendwie... 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 Was denn? Bei dieser Häuser, wenn du auf der Karte mal guckst, die werden irgendwie als ein großer Klotz angezeigt. Deswegen konnten wir es auch gar nicht erkennen auf der Karte von Strange. Achso. Strange. Wir sagen immer Englisch da. Ich hab ein kleines Problem, glaube ich. Ich hab gar keine Shotgun Shells mehr. Keine einzige mehr. Keine einzige mehr. Aber du hattest... Hey, das kann doch nicht sein. Also... Hast du welche im Belt? Ja... Ich glaube ja. Aber... Irgendwie dachte ich, dass ich so voll viel hab und hab einfach rumgeballert, so ganz fröhlich. Ja, anscheinend das war das Problem. Hast du schon öfter gemacht. Mhm. Ja, ich werde jetzt einfach mal, glaube ich, mit der Pistole weiterspielen, statt mit der Shotgun. Mach ich schon die ganze Zeit, das ist voll gut. Ja, weil mit der Pistole hab ich so viel Schuss einfach. Obwohl ich glaube, ich hab sogar schon genug mit. So... Und Maschinengewehr. Pistole, Maschinengewehr. Ich glaube, das ist echt gut. Singdoodle Dei, Singdoodle Dei, der Adolf war bekannt. Das denn? So, da werde ich mal eben gerade mich vorbereiten hier. Ein bisschen Action, ne? Ist ja auch immer lustig. Was redest du da? Und dann... Ach, gar nix. Ich rede nicht. Ich rede per se schon mal, generell schon mal gar nicht. Finger da jetzt nicht in meiner Bude rum. Nein. In deiner Bude rumfingern. So, ein paar Potatoes abernten kann ich jetzt gerade auch machen, während du da irgendwo noch woanders bist. Weil, dann hab ich hier schon mal... Ne? Bist du schlau, Andi? Das ist so fucking awesome. Awesome, sagt er. Mach mir nochmal den PewDiePie. Oh, ich wollt's gerade sagen! Mach mir den PewDiePie! Und da! Pam! Bevor ich's noch komplett ausführen konnte, sagst du's einfach. Disconnected. Ernsthaft? Bist du disconnected? Nein! Sonst würdest du mich nicht mehr hören jetzt! Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bist du da nur im Spiel raus oder so. Shazam, shazam. Ich kann ja nur fragen! Potatoes! Potatoes! Oh ne, das ist ja gar keine Potatoes. Das sind ja alles Marihuana-Pflanzen, hab ich gehört. Marihuana! 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 So, guten Tag, mein Name ist Dieter. Dieter Peete. Komm, das war ein Brüller, du musst den Brüller-Beat machen. Ne, ich bin jetzt vollkommen abgefuckt, weil du mich getötet hast. Fahrlässig! Ja, du reingeraten. Fahrlässig hast du mich einfach des Todes getan. Mir mein Leben genommen. Mich meines Lebens beraubt. Einfach so hast du dies getan. Ohne... Ganz ehrlich, du spitzst das jetzt ein bisschen zu. Ohne an meine Potato-Gras-Plantage zu denken, dass die ohne mich nicht überleben wird. Daran hast du nicht gedacht. Andi, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Potato-Gras-Plantage, hast du das gehört? Nee. So. Drogen anzubauen. Ich frag mich, was man so alles cooles mit den Potatoes machen kann. Außer essen. Wodka herstellen. Coole Sachen. Hast du nicht eben mein... Du hast einfach meinen Witz weggeredet. Unglaublich. Ja, ich fand's nicht lustig. Ich hab gesagt, du überspitzt die Dinge jetzt auch ein bisschen, ne? Ne, den fand ich gar nicht lustig. Total. Über den Tod sollte man... Sollte man keine... Ne, ne. Gar nicht. Gar nicht jetzt. Wie schön. Dein Blut klebt noch an den Stacheln. Mhm. Mhm. Gucken wir mal, wie dann dein Blut gleich an den Stacheln klebt. Oh. Ding, doodle, die, ding, doodle. Äh. Ist noch relativ früh. Ich glaub, ich geh noch einmal in die Stadt und fress nen Potato auf dem Weg. Einfach so. Mir fällt gerade auf, dass ich eventuell mal zurücklaufen sollte. Oh oh. Das wird ein bisschen knapp, glaub ich. Warte mal grad. Ich versuch's. Ich hab Wasser. Man sollte während mal eine Leiter steigt auf keinen Fall auf M für die Map drücken. Das ist nicht gut. Ist er wieder abwärts? Ja. Gravy. Gravy. So. Norden. Ich geh mal Richtung Norden. In die Stadt. Das lohnt sich gar nicht mehr. Das lohnt sich sowas von überhaupt nicht mehr. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Ähm. Ein, ein, ein. Oh Gott. Was? Was? Stirb. Stirb. And I will walk for- Ha. Äh. 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 Jetzt hab ich Schluck auf. Das ist total Kontra, äh, hier. Ja. Karma würd ich sagen. Karma strikes again. Wo ist denn jetzt mein Reh-Hirsch? Reh-Hirsch. Also gern, brah. Also das, das fuckt mich jetzt ab. Ich hab grad nen Hirsch gekillt und bin zu dämlich, den wiederzufinden. Er ist schon despawned, du kennst das doch hier. Das kann doch nicht sein. Ach, da ist er. Der ist so komisch an nem Baum. Nein. Hehehe. Gerade wo ich ihn anklicken will, die spawnt er. Ich hab schon das E gesehen, hab grade geklickt und dann zack war er weg. Eiskalter Mensch. Hirsch mein ich. Fuck. Shit. Bitch. Fuck. 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 Fuckin. Fuckin. Fuck. Jetzt hast du, jetzt bist du aber am fluchen hier. Holy shit, da sind grade zwei Stücke spawned, direkt vor mir. Wer? Die werd ich jetzt, die werd ich jetzt hier mal eben grade ganz schnell. Hehehe. Der Fluss heißt Ansel Adams River. Yeah. Warum? Yeah. Yeah. Sing Doodle Die, Sing Doodle Die. Warum singt man Doodle Die? So, den hab ich jetzt. So, den hab ich so. So, den hab ich so. So, den hab ich. Andi. Und der andere ist an den Spikes gestorben. Heute ist mein Glücks Day. Glücks Day of the days. So. Nachdem du mich natürlich gekillt hast, was nicht so geil war. Komm, das war ja gar kein, äh, Kill. Passiert jetzt zumindest cooler, cooler Stuff zumindest so ein bisschen. So, äh, ich hab irgendwie auch gar nicht mehr so die Motivation jetzt nochmal in die Stadt zu gehen. Ich komm ja auch schon wieder zurück. Nachdem ich schon mal gestorben bin und es langsam dunkel wird. Ich glaub, ich geh einfach runter und boah, bin ich in eine richtig kranke Höhle. Und wenn du kommst, werd ich dich erstmal begrüßen. Ach komm, sei jetzt nicht so nachtragend. Ich, äh, trage dir gleich eine Shotgunschelle in den Arnus nach. Sag mal. Sag mal, sagt er. Stellt er einfach. Ne, da. Ne, Leute. Also stimmt mal eben ab, was ich noch so mit dem Benni machen soll. Soll ich ihn hart bestrafen oder sehr hart bestrafen? Schreibt's bitte in die Kommentarbox. Ich werd mich komplett nach euch richten. Ja. Und dann dementsprechend handeln. Ah, die Leute lieben mich, Bruder. Du weißt. Ja, die lieben's aber auch vor allem, wenn du leidest. Das weißt du auch. Das soll ich auch nicht sagen. Ja, du. Ohhhh, meine Pickaxe war auch weg. Was ist die Kamera? Du hast meine Pickaxe, richtig? Äh, bestimmt. Ich hab alles, was du da... Dafür hab ich noch nen Kühlschrank. Du weißt ja, Kühlschränke, das dauert voll lange, bis man die abgebaut hat. Äh. Ach, scheiße. Na, ist egal. Boah, ist das ein langer Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dauert bei dir noch ein bisschen was, oder? Nein. So, dann werd ich hier mal eben gerade alles für deine Ankunft fertig machen. Ach, ja. Wie auch du mich schon umgebracht hast. Ich hab nie was gesagt. Nein, ich werd dich nicht umbringen. Ich werd dich nicht umbringen. Keine Sorge. Ich werd dich nicht umbringen. Ich werd dich nicht umbringen. Ach, ja. Das ist doch schön. Oh, das ist doch schön einfach. Oh, das ist doch schön einfach. Oh, das ist doch schön. Das ist so schön. So schön. Andi, du musst Doodledai singen. Doodledai, sagt er. Singen. Doodledai sing Doodledai. Der Michel war bekannt. War das Michel? So. Ich hab mal auf Kohle geschossen, weil das sieht so kohlig aus. Koh-koh-koh-kohle. Kohle. So, baue ich mir mal ne neue Pickaxe. Hier mal eben ganz fresh. Kannst du übrigens alles behalten, was du gefunden hast. Warum? Ich wills nicht zurück. Es ist jetzt entehrt. Es ist entehrt. Wo ist eigentlich mein Scrap? Oh, okay. So, Iron. Mach ich mir erstmal vier Iron. Und dann eine schöne Pickaxe. Lalalalala. 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 Äh. Lalalala. Wo ist meine Kohle? Ich hasse das ja übelst, wenn man irgendwie was raushaut und dann kommt da nichts raus. Irgendwie. Man sieht das so irgendwie voll verbuggt am Stein. Sag mal, was machst du da eigentlich oben? Ficken? Hast du grad ne halbe Stunde gebraucht um dieses eine Wort zu schreiben? Wir haben die Großschreib-Taste an, wahr. Ja. Oh Gott. Benni. Benni. Ja. So. Die Frage ist immer noch. Hey. Geh mal weg mit deiner Pistole. Sonst... Bin nur, wie sicher geht, was passiert jetzt. Gar nichts. Das war eigentlich nur ein Scherz. Ich finde das Lustigste ist immer, wenn jemand denkt, es passiert was krasses, aber es passiert nichts krasses. Lustig. Feißkerl. Have fun. Ja. Ach ja. desto scherz. opportunity style 저도 nicht mehr names salinas. Jetzt nicht mehr Benutzen. Das war die Vorbereitungen.